das Haus Das Haus ist schön arbeiten Die Arbeit ist gut gemacht Familie Die Familie ist eine unschätzbare Stütze erwachen Jeden Morgen klingelt der Wecker die Dusche Die Dusche bringt Frische Frühstück 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 ist wichtig Frühstück ist wichtig Das Auto Das Auto Das Auto erleichtert die Fortbewegung Das Auto erleichtert die Fortbewegung Die U-Bahn Die U-Bahn ist oft überfüllt Routine 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 gibt Stabilität Routine gibt Stabilität Büro Büro Das Büro ist gut organisiert Das Büro ist gut organisiert Das Büro ist gut organisiert Das Treffen Das Treffen Das Treffen ermöglicht den Austausch Das Treffen ermöglicht den Austausch Mittagessen Mittagessen Das Mittagessen Das Mittagessen ist ein Moment des Innehaltens Das Mittagessen ist ein Moment des Innehaltens Die Pause Die Pause Die Pause ist wohltuend Die Pause ist wohltuend Kaffee 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 weckt die Sinne Kaffee weckt die Sinne Kommunikation 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 ist unerlässlich Kommunikation ist unerlässlich Kommunikation 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 Technologie erleichtert den Alltag Technologie erleichtert den Alltag Die Post Die Post Die Post bringt Neuigkeiten Die Post bringt Neuigkeiten Waschen Waschen Wäsche wäscht Kleidung Wäsche wäscht Kleidung Das Lebensmittelgeschäft Das Lebensmittelgeschäft Der Supermarkt bietet eine große Auswahl Der Supermarkt bietet eine große Auswahl Die Küche Die Küche In der Küche können Sie Mahlzeiten zubereiten In der Küche können Sie Mahlzeiten zubereiten Abendessen Abendessen Das Abendessen ist ein geselliger Moment Das Abendessen ist ein geselliger Moment Fernsehen Fernsehen Der Fernseher bietet eine Vielzahl von Programmen Der Fernseher bietet eine Vielzahl von Programmen Unterhalt 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 Verschönert den Tag Lektüre Lektüre Lesen öffnet den Geist Lesen öffnet den Geist Untertitelung des ZDF, 2020